Einen wunderschönen guten Hallo meine lieben kleinen Freunde hier auf YouTube und herzlich willkommen zu einer weiteren Morgenkatze heute am Donnerstag Ich hoffe ihr habt heute eine Menge Spaß und es ist nicht mehr lang und ihr habt Wochenende denkt daran, dafür gibt es jetzt heute aber erstmal den vierten Teil von unserer großen Zombie-Runde, schaut auf jeden Fall bei Flocke mit dabei die war tapfer mit am Kämpfen und wir sehen uns ja gleich in der Folge, bis dann denkt am Ende gerne an eine Bewertung Da ist jetzt ein Boss und ich glaube der Boss ist ziemlich gemein zu uns deswegen kriegt der jetzt mal meine starke Waffe jetzt ab Oh nein, du musst nur noch einmal draufhauen, so gefühlt Da muss nicht mehr viel drauf gehauen werden Ja, wo bist du denn? Katsi wird wiederbelebt Oh, danke schön Oh shit, das war der letzte Fucking hell Natürlich schlecht Das ist super schlecht Das ist super schlecht Oh, da sind Zombies Instacill Cool, Instacill Nice Ich habe nur noch acht Schuss in meiner Snipers Das ist das Problem Das ist nicht gut Das ist nicht gut Weil jetzt mit Instacill es kommt wieder keiner, ne? Wir hatten Schon lange abgelaufen Ich sage ja, jetzt hatten wir Instacill und in der Zeit ist keiner gekommen Als würden die taktische Kriegsführung betreiben Ja, das ist echt so Oh, ich habe hier einen Bei mir Oh, habe ich Ach, da ist Silberfisch So, jetzt muss Katsi gleich nachladen Noch fünf Ja, ich auch Ich habe nur noch Sniper ist sehr dünn Ah, jetzt sind noch drei Jetzt müssen wir aufpassen Das war wieder Au So, wir haben einen Den letzten Das ist der letzte Den Cody hat Ich gehe mal kurz runter Hol mir Sniper ammo Ja, me too Und ich Schaue noch einmal kurz Dass ich eventuell Was cooles aus der Mystery ziehe Nein! Oh Gott Ähm Das ist natürlich ärgerlich Wo ist der denn? Wo ist denn? Wo sind denn Apartments? Äh, das ist oben Wo ist der denn? Ich sehe den nicht Äh, hier Ab ihn Was sind denn das für Perks Die man hier hat Perk 2 Perk 3 Achso Extra Health Was ist denn hier Was sind denn hier Die anderen Sachen noch? Das zum Beispiel So, Extra Health Wo gibt es denn noch so Sachen? Ja, das sind so die ganzen Allgemeinen Perks Ja, ich habe zum Beispiel Nur Extra Health Ich habe gar nichts davon Zum Beispiel Hast du nicht Extra Health Dir gerade geholt? Nee Warum nicht? Ich habe ja Kullrüstung geholt Okay Ich habe keine Ahnung was das kann Was ich jetzt habe Das heißt Blow Dart Okay Wo kriegt man das? Wie viel kostet das Das ist in der Kiste drin Das musst du ziehen aus einer Kiste Und wo zieht man Kisten? Unten aus der Kiste Wo 1000 kostet Das ist dann eine 1000er Kiste Okay Nee Den habe ich sowieso nicht 1000 Okay Okay Ich habe jetzt noch den Speed Perk So lange dauert hätte ich nicht gedacht ey Das sind nur 20 Runden Ich dachte ich wusste nicht wie viele Runden sind Das sind Lügen Ich liebe diesen Smiley übrigens Das ist gar nicht aufgefallen Echt nicht? Höpfe Lügenbaron Need a second Alles klar Don't need a second Need a gun Katze sagt Wuff wuff miau Katze findet das nicht schlau Oh Bitte hier nicht Auf Warte Der rollt hier eine Weaponchist gerade Hm Flamethrower Nice I actually think that is Good Nicht aufmachen Das ist wichtig Ich glaube ich lade das tatsächlich so hoch Das wäre Adventskalender ein bisschen lang Und da will ich eigentlich nicht splitten Blöd Blöd Ja dann habt ihr es bei Flocke vorerst gesehen Aber bei mir sind das jetzt schon Vier Morgenkatz So es geht weiter Ich habe keine Ahnung was der Blowdart kann Ich werde es jetzt versuchen Zu erfahren gleich Wie viel Schaden das macht Und ob das AOE macht Oder so Es macht einigermaßen Schaden Aber hat nur 10 Schaden Äh Schuss Größeres Individuum Lässt die Tür zu Ich glaube das ist sowas wie eine Free Money Round Gefühlt 43 Zombies noch Ui Ich ihn einfach nicht treffe Böse Zombie Mann Weißt du wenn wir das Ding einfach nach der Runde hätten aufgehoben Dann hätten wir nichts nachkaufen müssen Das ist nicht nett gewesen Von das Mensch Beine Vorsicht Aua 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 Aber ich dachte der kalt ist du oder nicht Ja aber der boxt nicht dabei Aua Hast du noch genug Herzen Ja ich regeneriere genug Aber der hat halt einen Distanzangriff der gemeines Ist weg Ist weg Komm bitte mit Gemeiner Zombie Komm 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 Einer Zombie Und auf mich So jetzt habe ich noch Frozen Bullets Friesing Bullets Bedeutet die Zombies laufen Langsamer Genau Langsamer 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 Au Wie lange muss ich mich noch von dem hauen lassen Cody Komm doch mal hoch Aua 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 Der boxt Katze Au Au Der ist voll gemein Au Au Wieso boxt der mich So böse No the second Lass mich doch laufen Ich kann schneller laufen Das Problem an der Geschichte ist Der hat einen Nack Äh Einen Fernkampfangriff Das ist das Oh fuck Der kriegt mich down Der kriegt mich down Der kriegt mich down Ja Nicht gut Nicht gut Nicht gut Nicht gut Warte mal Der hält ja nicht viel aus Ne Das ist das Problem Deswegen Der ist direkt down Ich muss anfangen zu sprinten Hol dich wenn dann wieder Dann So Einen Hit hat er gemacht Wenn man den nur haut Ist das nicht schlimm Dann nimmt der Akro von dir Throw your cranes out Das ist das nicht schlimm Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal.